Ja Freunde, ganz herzlich willkommen zurück bei Star Citizen. Ja, leider hat das Auslocken nicht funktioniert, oder besser gesagt, das Einlocken hat nicht funktioniert, aber ihr seht schon, wie ich jetzt die nächsten Folgen vom Design her gerne machen möchte. Das heißt, auch wenn das Einlocken nicht funktioniert, wir werden quasi dort, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben, ungefähr dort jedenfalls wieder reinkommen in der nächsten Folge, dass das Ganze so ein bisschen fortlaufend sich zumindest anfühlt für euch. Auch wenn es das natürlich nicht ist. So, ja, letzte Folge haben wir ja so ein bisschen ausgeholfen hier, so ein kleines Paket mit Essen und Trinken organisiert für die Leute da unten auf Jela. Ja, und heute gucken wir doch mal, was wir an Missionen haben. Lost in Space. Äh, das ist wieder so ein Paketding. Ich würde gerne was anderes machen. Missing Persons. Sektor Sweep. Äh, mit Hostel Group. Das haben wir an Attacking Ships. Ja, das klingt doch gut. Vier Minuten, na, gucken wir, ob wir das schaffen. Nehmen wir es mal an. Und wir müssen, wohin müssen wir denn? Achso, ist gleich hier. Das ist ja gut. Das ist, äh, dort. Kann ich hier auch direkt hinjumpen, das ist ja nett. So, dann wollen wir doch mal gucken. Klingt nach Kampf. Da können wir unsere neuen Laserknarren-Puppen mal ausprobieren. Rendezvous Point. Los geht's. Ich hoffe, euch gefällt das so, dass es so ein bisschen fortlaufend sich dann, äh, ja, anfühlt. Können wir ja eure Meinung gerne in die Kommentare schreiben, wie immer. Mir persönlich gefällt es ganz gut. Auch wenn ich natürlich immer erst mal wieder herfliegen muss. Aber nein, das müsst ihr ja dann nicht wissen, ne? Das sage ich euch jetzt nur einmal. Und da passt das schon so. Rendezvous Point. Halt. Da war da was. Uuuh. Hä? Ich sehe es nicht. Hallo? Rendezvous Point? Warte mal. Ein bisschen wegfliegen noch mal. So, umdrehen. Ah ja. Dann müssen wir wohl jetzt hier warten, bis da irgendwas passiert oder wie ist das? Ich stehe ein bisschen näher ran. Das ist nur Rendezvous Point. Da ist aber nichts. Oder? Doch, da. Da ist was. Da muss ich auch mal aussteigen, oder? Ich stehe noch mal ein klein bisschen näher ran. Na, komm noch ein Stückchen. Was ist denn das? Eine Boje? Ein kleiner Satellit ist das. Aha. Ja, ich steig mal aus und wir gucken mal, was das ist. Äh, Power Off. So, raus hier. Ich habe ja schon gesagt, die meisten Missionen habe ich bisher noch gar nicht gemacht, weil einfach das Ganze ein bisschen buggy ist. Objektiv complete. Meet at Rendezvous. Go to Patrol Area. Ah, okay. Hätten wir gar nicht aussteigen müssen. Na gut, dann gehe ich hier wieder rein. So, wie zum Thema Buggy. Ich habe Blut im Gesicht. Hey Schiff, wie geht's? Oh, die Knarre. Warte mal, ich versuche noch mal reinzukommen. So doof, dass die so wegdrehen. Oh. Na, wir müssen warten, bis sie sich einmal umgedreht hat. Komm so nicht rein. Ach, Menno. So Mist. Klicken wir so ein bisschen eher entgegen quasi, ne? Die dreht sich so ganz ungünstig. Warte mal. Wir gleich erschlagen hier. Oh, aber ich kann sie bremsen, glaube ich. Ja, ich kann sie ein bisschen bremsen. Das ist gut. So. Ich komme jetzt rein. Nein. Nein. Entership. Geht das? Ja, das geht. Sehr gut. Okay. Flight ready. So, wir müssen... Wo müssen wir denn hin? 30 Kilometer. Okay, jetzt klicken wir mal ein Stückchen... Husten. So. Da, da, da. Wir haben hier diese Ionlaser. Na, diese blauen. Gucken wir, ob wir damit irgendwas cooles machen können. Aber das ist auf jeden Fall eine Mission, die ist halt eigentlich genau das Richtige für eine Avenger. Stalker. Kontakt. Ah ja, da haben wir einen Gegner. Kontakt. Zwei Gegner, okay. War normale Kampfgeschwindigkeit. Mach ich meistens so 80% vom normalen Speed ohne Afterburner. Das sind immer so um die 200, ne? Gregor Ramesch. Ramesch. Er fliegt ganz komisch gerade hier. Er fliegt ganz komisch gerade hier. Ja, ich hab's verstanden. Na komm, wir versuchen es mal so. Na komm her. Ich kicapel mich mal. Da fliegt ganz komisch gerade das Schiff. Weiß nicht, was es ist. Ähm. Oh, ob wir das wieder hinkriegen jetzt hier. Irgendwas spinnt da gerade. So. Ähm. Guck mal, wie der fliegt. Hä? Habe ich irgendwas verloren? Was ist denn das? Komischen Flugbugs, die wir jetzt in der letzten Zeit haben. Die sind echt, das ist ja anstrengend. Weiß nicht, woher die kommen. So, ich hab auf jeden Fall ihn hier links im Target. Dann nehmen wir den einfach mal. Mann, der fliegt so ganz, ganz seltsam. Was ist denn das? Der steuert überhaupt nicht, wohin ich will. Ich stimme jetzt mal ganz gerade. Oder so. Normalerweise müsste er es, weil ich ja gekappelt bin, wieder die Richtung ausgleichen. Machen wir mal kurz die Engines auf. Das ist ja... Wie machen wir das hier? Engine. Engine off. Engine on. So, gucken wir, ob es jetzt wieder geht. Ne, guck mal, er macht es nicht. Hä? Jetzt macht er was. Ich reiß gerade nicht. Tut mir leid, Freunde. Ich kann gerade überhaupt nicht steuern, weil er quasi nicht die Richtung ausgleicht. Das verstehe ich jetzt mal bitte, wer will. Der Flugzeug hat man letztens erst gehabt. Er regibt einfach die Steuerung gar nicht mehr. Guck mal. Ich bin auf 100 Prozent. Hä, was? So kann ich natürlich auch nicht kämpfen. Ich versuch's mal so ein bisschen. Naja, so kann man ja nicht spielen. Ja, ich treffe ihn auf jeden Fall. Und dann dreht er sein... Alter. Och, komm schon. Also irgendwas stimmt hier nicht. Ich weiß nicht, was es ist. Ich... Ich... Ich hab keine Ahnung. Ich kappel... Ich dickabbel mich hinten nochmal. Ja, 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 ja. Ich weiß. Nein. Nach rechts. Das Schiff. Wie es abdreht. Geht nichts. Es geht nichts gerade. Tut mir leid. Tut mir leid. Aber das ist halt so beim Let's Play aufnehmen. Bei einem Alpha-Spiel... Ja, Freunde. Ganz herzlich willkommen zurück bei Star Citizen. Ja, leider hat das Auslocken nicht funktioniert. Oder besser gesagt, das Einlocken hat nicht funktioniert. Aber ihr seht schon, wie ich jetzt die nächsten Folgen, äh, ja, vom Design her gerne machen möchte. Das heißt, auch wenn das Einlocken nicht funktioniert, wir werden, äh, quasi dort, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben, ungefähr dort jedenfalls wieder reinkommen in der nächsten Folge. Dass das Ganze so ein bisschen fortlaufend sich zumindest anfühlt für euch. Auch wenn es das natürlich nicht ist. So. Ja, Freunde. Ganz herzlich willkommen zurück bei Star Citizen. Ja, leider hat das Auslocken nicht funktioniert. Äh, oder das, besser gesagt, das Einlocken hat nicht funktioniert. Aber ihr seht schon, wie ich jetzt die nächsten Folgen, äh, ja, vom Design her gerne machen möchte. Das heißt, auch wenn das Einlocken nicht funktioniert, wir werden, äh, quasi dort, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben, ungefähr dort jedenfalls wieder reinkommen in der nächsten Folge. Und falls wieder reinkommen in der nächsten Folge, dass das Ganze so ein bisschen fortlaufend sich zumindest anfühlt für euch. Auch wenn es das natürlich nicht ist. So. Ähm, ja, letzte Folge haben wir ja, äh, so ein bisschen ausgeholfen hier so ein kleines Paket mit Essen und Trinken organisiert für die Leute da unten auf Jela. Und heute, gucken wir doch mal, was wir an Mission haben. Lost in Space, äh, das ist vor allem extraktes Schipment. Aber ist das wieder so ein Paket-Ding? Ich würde gern was anderes machen. Missing Persons. Sector Sweep. Äh, mit Hostel Group. That have been attacking ships. Ja, das klingt doch gut. Vier Minuten, na, gucken wir, ob wir das schaffen. Nehmens, warum? Ist da irgendwie ein Schaden am Schiff? Aber das, das darf aber auch nicht sein. Also, das ist ja nicht möglich eigentlich. Ne, sieht eigentlich ganz gesund aus. Also, da fehlt jetzt nichts irgendwie flügelmäßig oder so. Und selbst wenn dürfte das, das Modell ist ja noch gar nicht implementiert, ne? Dass das irgendwie das Flugverhalten beeinflusst. Ich steig mal aus. Aber wo, wobei, kann ich auch nicht. Weil ich, ich kann nicht runterbremsen auf null. Mach ihn das. Warte mal. So, auf null. Hä? Er treibt halt immer in diese Richtung. Warte mal. Die Richtung ist links. Also, irgendwie. Oh, komm. Ich versuch mal folgendes. Ich geh mal auf Max Speed und, äh, versuch mal mit einem Afterburner. Genau. Das ist das, wo der halt beim Afterburner auch dann so, so abbricht. Und dann nicht mehr weitermacht. Wie löse ich denn das Problem? Engine off. Engine on. Nun? Ne. Glaube ich. Tja. Dann haben wir ein Problem. Dann haben wir ein Problem. Wie, wie mach ich denn das jetzt? Kann ich hier irgendwas umstellen? Mein Display ist aber. Ich hab da ja auch nichts verstellt. Ich hab ja nichts gemacht. Halt. Dann will ich. Mh, ne. Ist alles normal. Also, wenn irgendwer von euch dafür eine Lösung hat, bitte schreibt mir das mal in die Kommentare. Ich hab keine Ahnung, was ich hier jetzt machen kann. Einzige Möglichkeit wäre jetzt, versuchen auszusteigen, wieder einzusteigen. Das Problem ist, dass das Schiff nicht auf null runterbremst, wie ihr gleich seht. Und es driftet immer so nach, nach links irgendwie. Quatsch, ey. Warum tut es das? Ich mach mal. Ich mach mal. Warte mal. Ich mach mal. Ich mach mal Open Exterior. Hier. Bringt das was? Nö. Tja, dann kann ich nur... Hau auf. Gucken wir mal, ob er jetzt abbremst. Nö. Ich hab ne Vermutung, woher der Bug jetzt stammt. Aber das bringt uns auch nicht weiter. Ich geh erstmal hier raus. Und gleich wird es wegdriften. Und wir sind dann... Ja. Komm ich auch nicht mehr ran wahrscheinlich. Ich versuch's mal. Nein. Ganz, ganz, ganz klares Nein. Ja. Meine Vermutung ist, dass er die Bewegung, die ich... Warte mal. Kurz das Radio aus. Moment. So. Meine Vermutung ist, dass er die Bewegung, die ich hatte. Also den... Den Schub, den ich noch hatte, während ich eingestiegen bin, irgendwie aufs Schiff übertragen hat. Und das dann rumbackt. Das ist natürlich Mist. Wie lange haben wir jetzt? Ne Viertelstunde. Hm. Dann... Ja. Hab ich keine Wahl. Dann muss ich mich selber umbringen. Und da irgendwie... Wobei, ach komm. Wir... Wir gehen einfach raus aus dem Server und loggen uns nochmal neu ein. Bringt da auch nix. So ein Mist, ey. Ja. Wie gar... Tut mir leid, aber... Ihr seht, ich hab alles versucht. Ich hab mein Bestes gegeben. Keine Chance. Wird sagen, wir gehen zum Abschluss der Folge nochmal ganz kurz in den Hangar. Dann will ich euch nämlich nochmal was kleines zeigen. Ähm... 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 Machen wir jetzt hinten dran nochmal so eine kleine Runde. Let's show. Ähm... Und hier mach ich nochmal die... Stalker. Genau. Nur nochmal, dass ihr das mal als direkten Vergleich habt, die beiden Schiffe. Also links ist die Stalker, rechts ist die Titan. Die Titan ist die Fracht-Variante, die Stalker ist die mit den Ion-Lasern. Und da seht ihr auch, das sitzt hier quasi... Das ist so ein normales, äh, Laserge... Ja, Lasergewehr quasi an beiden Seiten. Und bei der Stalker haben wir eben hier diese Ion-Kanone. Hier haben wir diesen blauen Lichtern dran. Und, ähm... Wenn wir erstmal aufmachen hinten die beiden Schiffe parallel. Kann sie leider nicht näher zusammen spawnen, aber das macht ja auch nix. Wenn wir mal aufmachen. Na komm her. So, das heißt, also hier haben wir ne... Hier seht ihr, wir haben hier quasi Fracht-Möglichkeiten. Während wir hier eben hinten diese sechs Zellen haben. Ja. Und dadurch halt so ein bisschen, äh... Ja, Platz an Frachtraum verlieren. Und die könnt ihr auch mal öffnen. Die wollte ich schon lange machen. Wenn's denn geht. Ist die jetzt offen? Offen ist die, ne? Aber ich kann nix damit anfangen, oder? Kann ich da reingehen? Ich kann die nur aufmachen, diese Dinger. Die gehen auch nur so einen Spalt auf. Das heißt, man muss dann... Das werden dann quasi hier so rein quetschen. Kann ich's auch wieder zumachen? Ne, ne? Hier vielleicht an dem Display. Ah, hier leuchtet irgendwas. Aber er geht grad nicht. Ne. Gut. Ähm... Und hier seht ihr halt diese Halterung hinten. Die hier noch, äh... Quasi wie bei der Titan ist. Also nochmal so ein bisschen Gepäckhalterung mehr oder weniger. Und das hier unten ist ganz normaler Frachtraum. Das Problem ist halt bei den beiden Schiffen, aktuell jedenfalls, ähm... Wenn ihr Fracht reinladet, dann habt ihr keinen Raum mehr hinten. Also dann ist hier hinten quasi zu. Das heißt, wir können auch noch mal die Frage beantworten. Aus der letzten Folge, hatte nun die Stalker hier auch Frachtraum? Ja, hat sie. Aber euch muss eben bewusst sein, das gilt auch für die Titan, wenn ihr hinten reinladet, dann ist hier eben zu. Das heißt, dann könnt ihr nicht mit euchs Schiff laufen, dann müsst ihr den normalen Cockpit-Eingang benutzen. Hier nochmal in die Titan rein. Da haben wir ein bisschen mehr Platz. Aber auch da haben wir in der Mitte keine Relingen oder irgendwas, wo man durchlaufen kann, ne? Das wird komplett zugestellt hier alles. Vermutlich haben wir dann in der Redesign-Variante, äh, nur einen etwas größeren Frachtraum und dafür in der Mitte einfach einen Gang, wo man quasi nur... noch durchlaufen können, ne? Schätze ich es einfach mal. So. Und wir können auch folgendes machen. Glaube ich jedenfalls. Wir können es mal kurz probieren. Äh, das ist die Gun. Und das ist... Genau, das ist die Turret Gun. Die kann ich mal anklicken. Ähm, da haben wir jetzt hier... Size 2. Laser Cannon. Warte mal, wo war denn das? Kann das sein, dass wir das hier anklicken müssen? Bulldog Repeater, genau. Äh, Sucker Punch, Laser Cannon. Ich glaube... Warte mal, lassen wir mal ganz kurz noch was prüfen. Ich glaube, wir können nämlich diese Ionen-Kanonen auch an die Titan dran bauen. Moment. Genau. Sucker Punch... Distortion... Kann... Äh, hier kennen. Das heißt, wenn ihr euch die Titan kauft, könnt ihr euch dann einfach im Spiel für Ingame-Geld, äh, die Ionen-Waffe kaufen. Und könnt... Kann ich mal machen hier. Könnt die hier ausrüsten. Ne? So, einmal. Und dann nochmal hier. Äh, warte. So, zack. Dann haben wir jetzt hier zweimal die Laser-Kanone dran. Also, nicht Laser, sondern die Ionen-Kanone dran. Ne? Also nicht, dass irgendwer jetzt nur wegen diesen Ionen-Kanonen sagt, ich kaufe jetzt die Stalker. Und will aber eigentlich lieber die Titan haben. Und die ist jetzt ja auch weg. Also, die Waffen sind ja auch weg. Ne? Und genauso auch umgekehrt. Also, ihr könnt jetzt hier sagen, äh, ich will jetzt hier gerne die Laser-Waffen dran haben. Zum Beispiel. Oder auch andere Laser-Waffen. Ne? Also, das könnt ihr einfach tauschen. Und bei den Raketen geht das natürlich auch. Ähm... Wir haben jetzt hier eine Rakete nur dran. Ich glaube, bei der Titan müssten es zwei sein. Oder... Ja, hier sind es zwei Raketen. Bei der Stalker ist es jetzt irgendwie nur eine. Und auf der anderen Seite... Was haben wir da? Moment. Auch nur eine. Okay, da könnt ihr aber nachrüsten. Also könnt ihr hier einfach eine dran schmeißen. Müsst ihr halt mal gucken, was ihr dafür eine haben wollt. Strike Force. Keine Ahnung, was hier was ist. Äh... Wichtig ist halt... Ihr müsst gucken. Also, hier steht immer da. Attached to. Also, das heißt auf Deutsch. Äh... Ja, montiert. Bei. Und dann steht dann hier, bei welchem Schiff das dran ist. Wenn da nichts steht, sind die frei. Das heißt, hier könnt ihr einfach eine dran schnallen. So, zack. Die sind dann verfügbar. Und deswegen ist es auch sinnvoll, die im Spiel zu kaufen dann. Äh... Weil dann... Löscht ihr die nicht von einem anderen Schiff ab. Sondern... Dann passt das, ne? So. Und... Ich weiß gar nicht, ob wir hier vorne das Ding hier irgendwie austauschen können. Aber ich glaube, das ist fix. Genau. Das geht nicht. Da können wir nichts machen. Was haben wir hier? Power Plant. Genau. Hier können wir nämlich die Sachen ein bisschen hübscher ausrüsten. Was ich jetzt noch nicht getestet habe, ob das dann auch im, ähm... Im Universe übernommen wird. Aber das können wir ja ganz, ganz einfach testen. Das machen wir dann in der nächsten Folge aber. Äh... Das sehen wir ja dann daran, dass wir quasi... Warte mal, ich mach hier nochmal eine andere Knarre dran. Bulldog Repeater. Zack. Äh... Das heißt, wir testen das mal nächste Folge aus. Ob dann diese Stalker hier, die ich jetzt hier umrüste... Mal kurz die Bulldog hier dran machen. Äh... Zack. So. Ob die dann diese Ionenwaffen immer noch hat, oder ob sie die, die ich hier gerade dran gebaut hat. Äh... Ne? So. Das wäre nämlich... Weil das Ding ist halt, dieses Interface funktioniert halt einfach nicht so wie es sein sollte. Ähm... Äh... Über den... Über die Smartwatch. Habt ihr ja gesehen, das klappt absolut gar nicht. Deswegen, ich mach das mal hier im Hangar und wir gucken mal, ob das dann auch übernommen wird im Spiel. So. Ja dann, also wie gesagt, sorry für die Bugs. Aber ich kann halt nichts dafür. Ihr wisst ja wie es ist. Ich wünsche euch was. Bis zur nächsten Folge. Haut rein. Tschüssi. Tschüssi. Ja. Te ev致erk, spadern. Ja. B argument'scht. Und ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020